so ein leckeres schönes toast für oder von mir für meinen besten freund von der welt der richtig geile sachen schickt und kohle und alles das ist einfach der beste freund von der welt deswegen habe ich jetzt hier mal so ein toast gemacht oder zwei toasts besser gesagt ja das ist für dich mein bester freund von der welt und das werde ich jetzt verspeisen das werde ich jetzt verspeisen man kann es nicht wirklich lesen man kann es nur erahnen aber ich hoffe die spontane idee hatte gefallen